Bei den Wollnys läuten bald die Hochzeitsglocken für die drittälteste Tochter Lavinia. Doch dafür müssen nun die Kilos purzeln. In fünfeinhalb Wochen steht bei den Wollnys die Hochzeit von Tim und Lavinia an. Die Aufregung steigt, doch für die drittälteste Tochter von Familienoberhaupt Silvia scheint es nicht nur um die die perfekte Feier zu gehen, sondern auch um ein ganz anderes Thema. Denn nach zwei Schwangerschaften will Lavinia für ihren besonderen Tag die Kilos purzeln lassen. Wollni Mama Silvia eilt zur Unterstützung aus dem beschaulichen Rathalm meldet sich Wollni Tochter Lavinia bei Mama Silvia in der Türkei mit einer unerwarteten Frage. Mama sag mal, hast du eine Küchenwaage? Das Wollni Oberhaupt reagiert zunächst überrascht. Willst du Kuchen backen? fragt Silvia verwundert. Doch Lavinia hat andere Pläne. Nein, ich habe meine Ernährung umgestellt, weil ich ein paar Kilos für die Hochzeit runterbekommen möchte. Silvia unterstützt die Entscheidung ihrer Tochter voll und ganz. Die Idee, dass Lavinia abnehmen möchte, finde ich klasse, erklärt sie. Nach beiden Schwangerschaften hat sie nie wieder die Pfunde verloren, sondern es kam immer mehr drauf. Und wenn sie jetzt den eigenen Willen hat, das zu tun, dann unterstütze ich sie natürlich. Wollnis kurz vor Hochzeit im Abnehmwahnsinn Die Hochzeitsvorbereitungen sind bereits in vollem Gange und auch die Taufe ihres jüngsten Nachwuchses steht bevor. Inmitten des Trubels setzen Lavinia und Tim auf Veränderung, nämlich auf das Abspecken. Während Tim sich um die Kinder kümmert, widmet sich Lavinia ihrer neuen Ernährungsweise. Unterstützt von einer Küchenwaage, die sie sich aus Mutter Silvia Küche geliehen hat, wiegt sie sorgfältig ihre Mahlzeiten ab. Die Wollnis Verlobter zieht mit Lavinia an einem Strang. Lavinia Verlobter zeigt sich zwar grundsätzlich begeistert von der Idee, doch auch er muss sich einschränken, um gemeinsam mit seiner Partnerin Erfolge zu erzielen. Ich finde die Idee mit der Diät gar nicht so verkehrt, ich unterstütze sie da auch, erklärt er. Lavinia hat jedoch eine Bitte an ihren Verlobten, tu du mir auch einen Gefallen und hör abends auf mit dem Genasche. Motiviert von Lavinias Ehrgeiz legt sich Tim sogar einen Schrittzähler zu, um seinen Kalorienverbrauch zu überwachen. Er setzt sich hohe Ziele und plant, sich zukünftig von Cola, Chips und Pizza zu trennen. Ob sich der Kampf gegen die Kilos bis zur Hochzeit auszahlt, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer können gespannt sein, wie sich die Abnehmgeschichte von Tim und Lavinia in den kommenden Wochen bei, die Wollnis, auf RTL 2 entwickelt. Untertitelung des Ziele